Was läuft wirklich zwischen Nadja Abdel-Farag und Andreas Ellermann? Jetzt packen sie alles aus, inklusive Bettgeschichten. Die Trennung von Patricia Blanco und Andreas Ellermann sorgte für jede Menge Schlagzeilen. Plötzlich tauchte Nadja Abdel-Farag immer wieder an der Seite des Millionärs auf. Hat sie jetzt Patricias Platz eingenommen? Darum landeten Nadel und Andreas Ellermann im Bett. Nadel und Andreas kennen sich schon seit Jahren. Er griff ihr unter die Arme, als sie keinen Job und kein Dach über dem Kopf hatte. Die beiden traten sogar gemeinsam bei Schlagermove auf, performten den Song Ich bin verliebt in die Liebe. Seine Ex Patricia kochte vor Wut. Sie war auf Nadel immer eifersüchtig, erklärt Andreas jetzt im Interview mit Sender RTL. Und ist die Eifersucht berechtigt? Wir beide haben schon im Bett gelegen, gibt er zu. Aber, wir haben nichts gemacht. Wir haben uns Texte angehört und geübt. Außerdem habe Nadel gar keine Lust auf Zärtlichkeiten mit ihm. Ne, habe ich auch nicht, bestätigt sie. Dann wäre das Thema wohl ein für alle Mal geklärt. Ich bin密fertigt. Ich bin müde. Ich bin密fertigt. Ich bin密fertig. Ich bin müde.